Mia Farrow ist eine US-amerikanische Schauspielerin. Sie wurde berühmt durch ihre Rolle in Rosemarie's Baby sowie durch Filme von und mit Woody Allen. Für ihre schauspielerischen Leistungen erhielt sie Auszeichnungen wie den Golden Globe und den David DiDonatelli Award sowie drei Nominierungen für den BAFTA Film Award. Farrow engagiert sich für zahlreiche humanitäre Projekte in Afrika und ist Sonderbotschafterin für UNICEF, Leben und Karriere. Farrow ist die Tochter des australischen Schriftstellers, Schauspielers und Regisseurs John Farrow und der irischen Schauspielerin Maureen O'Saliven. Sie wuchs mit ihren sechs Geschwistern größtenteils in Beverly Hills auf und kam schon früh mit dem Filmgeschäft in Berührung. Im Alter von neun Jahren erkrankte Farrow an Pulio. 1958 zog Farrow mit ihrer Familie für ein Filmprojekt des Vaters einige Monate nach England, wo sie mit ihrer jüngeren Schwester Prudens ein Klosterinternat in Suri besuchte. Im selben Jahr kam Farrows ältester Bruder Michael bei einem Flugzeugabsturz ums Leben. Im Herbst 1959 zog die Familie zurück nach Beverly Hills, wo Farrow im Jahr 1962 die Highschool abschloss. Ihr Filmdebüt gab Farrow im Alter von zwölf Jahren in einer kleinen Rolle in dem Film Beherrscher der Meere, bei dem ihr Vater Regie führte. Im Januar 1963 zog Farrow nach New York City, um hier Schauspielunterricht zu nehmen, und erhielt bald darauf die Rolle der Cecily in der Off-Broadway-Inszenierung von Oscar Wildes Theaterstück The Importance of Being Earnest. Im September 1963 drehte sie den Pilotfilm zur Fernsehserie Peyton Place und danach den Filmschüsse in Bad Asi mit Richard Attenborough in der Hauptrolle. Im Anschluss daran widmete sich Farrow wieder den Dreharbeiten zu Peyton Place. Die Serie wurde in den USA von einem Millionen Publikum verfolgt und Farrow zum nationalen TV-Star. 1965 wurde sie mit dem Golden Globe Award als beste Nachwuchsdarstellerin ausgezeichnet. Es folgten sieben weitere Nominierungen für diesen Preis. 1966 verließ Farrow die TV-Serie. In den Londoner Pinewood Studios drehte Farrow den Film Der Todestanz eines Killers und bekam kurze Zeit später von Paramount Pictures die Hauptrolle in Roman Polanchis Rosemarys Baby angeboten. Die Verfilmung des Bestsellers von Ira Levin wurde zum weltweiten Kultfilm und verschaffte Farrow den endgültigen Durchbruch als Schauspielerin. Für die Rolle der Rosemarie Woodhouse erhielt sie noch im gleichen Jahr den David D. Donatelli Award und den Laurel Award. Außerdem wurde sie als beste Hauptdarstellerin für den Golden Globe Award und den BAFTA Film Award nominiert. Es folgten die Filme Die Frau aus dem Nichts mit Elisabeth Taylor und Robert Mitchum sowie John und Mary an der Seite von Dustin Hoffman. In den 1970er Jahren lebte und arbeitete Farrow überwiegend in England. Zwischen den Dreharbeiten zu filmen wie Der große Gatsby an der Seite von Robert Redford und Eine Hochzeit unter der Regie von Robert Oldman, spielte sie vor allem Theater mit der Royal Shakespeare Company. 1977 reiste Farrow für die Dreharbeiten der Agatha Christie Verfilmung Tod auf dem Nil nach Ägypten und im Sommer 1978 nach Bora Bora, um Heuriken zu drehen. Danach kehrte sie nach New York City zurück und spielte im Theaterstück Romantic Comedy. In der englischen Originalversion des Zeichentrickfilms Das letzte Einhorn lief Farrow dem Einhorn bzw. der Lady Amaltea ihre Stimme. 1982 drehte Farrow erstmals unter der Regie ihres damaligen Lebensgefährten Woody Allen den Film Eine Sommernacht Sexkomödie. Das Paar drehte von 1983 bis 1992 insgesamt zwölf Filme miteinander, darunter The Purple Rose of Cairo, Hannah und ihre Schwestern, New Yorker Geschichten, Alice sowie Ehemänner und Ehefrauen. 1995 spielte Farrow an der Seite von Sarah Jessica Parker und Antonio Benterras in dem Kinofilm Miami Rhapsody, wirkte aber nach der privaten und beruflichen Trennung von allen ansonsten überwiegend in Fernsehproduktionen mit. 2006 kehrte Farrow mit das Omen und in El Uzi Bessens Artur und die Minimois sowie dessen Fortsetzungen 2009 und 2010 auf die Kinoleinwand zurück. Im Jahr 2000 wurde Mia Farrow zur Sonderbotschafterin für Unicef hernannt. In dieser Funktion setzt sie sich besonders für die Ausrottung von Polio ein. 2001 reiste die Schauspielerin nach Nigeria und 2010 in den Chat, um groß angelegte Impfaktionen gegen die Krankheit zu unterstützen. Weitere Reisen in die Krisenregion davor, um auf die sudanesische Flüchtlingssituation und das dortige Notleiden der Menschen aufmerksam zu machen, folgten ab 2004. Im Juni 2006 wurde sie von ihrem Sohn Ronan begleitet. Anschließend reisten beide nach Berlin und besuchten als Teil einer Wohltätigkeitsveranstaltung und Unicef Hilfe für den Sudan die Ausstellung, der United Body Bears. Im Rahmen der Kampagne Save the Afour trat Farrow am 27. April 2009 in einen zwölftägigen Hungerstreik, den sie auf ihrer Website miafaero.org dokumentierte. Farrow war zweimal verheiratet und ist Mutter von vier leiblichen und zehn adoptierten Kindern. Ihre erste Ehe mit Frank Sinatra dauerte von 1966 bis 1968 und blieb kinderlos. Im September 1970 heiratete sie den Komponisten und Dirigenten Andrea Previn. Das Paar hat drei leibliche Söhne und adoptierte zwei Mädchen aus Vietnam sowie im Jahr 1978 die damals achtjähriges Uni aus Südkorea. Farrow und Previn ließen sich 1979 scheiden. 1980 wurde Farrow die Lebensgefährtin von Woody Allen. Gemeinsam adoptierten sie zwei Kinder und bekamen 1987 einen leiblichen Sohn Ronan Farrow. Die Trennung von allen im Jahr 1992 sorgte für sehr viel Aufsehen und moralische Kontroversen in den Medien aufgrund der neuen Beziehung Woody Allens, Sumias Adoptivtochter Sun Yi und dem darauffolgenden Sorgerechtstreit um die drei gemeinsamen Kinder. Am 7. Juni 1993 erhielt Farrow das alleinige Sorgerecht von einem New Yorker Gericht zugesprochen. In den 1990er Jahren adoptierte Farrow fünf weitere Kinder, Filmografie, Theatrographie, 1964, The Importance of Being Earnest, 1973, Mary Rose, 1974, The House of Bernada Alba, 1974, Drei Schwestern, 1975, The Marrying of Unlead, 1976, William Shakespeare's Ein Sommernachtstraum, 1976, Ivanov, 1979-1980, Romantic Comedy, 1996, Getting Away with Murder, 2003, Franz Bett, 2005, Franz Bett, Auszeichnungen und Nominierungen, Golden Globe Award 1965, Auszeichnung als beste Nachwuchsdarstellerin, 1966, Nominierungen als beste Fernsehschauspielerin für Peyton Place, 1969, Nominierungen als beste Hauptdarstellerin in einem Drama für Rosemarys Baby, 1970, Nominierungen als beste Hauptdarstellerin in einer Komödie für John und Mary, 1985, Nominierungen als beste Hauptdarstellerin, Komödie, Musical für Broadway, The New Rose, 1986, Nominierungen als beste Hauptdarstellerin, Komödie, Musical für Anna Purple, Rose of Cairo, 1991, Nominierungen als beste Hauptdarstellerin, Komödie, Musical für Alice, 2000, Nominierungen als beste Hauptdarstellerin in einer Miniserie oder Fernsehfilm für Forget Me Never, British Academy Film Award 1970, Nominierungen als beste Hauptdarstellerin für John und Mary, Rosemarys Baby und die Frau aus dem Nichts, 1986, Nominierungen als beste Hauptdarstellerin für Anna Purple, Rose of Cairo, 1987, Nominierungen als beste Hauptdarstellerin für Hannah und ihre Schwestern, David Di Donatelli Award 1969, Auszeichnung als beste internationale Schauspielerin für Rosemarys Baby, 1990, Nominierungen als beste internationale Schauspielerin für Verbrechen und andere Kleinigkeiten, Festival International des Cine de Donostia San Sebastian 1972, Auszeichnung als beste Hauptdarstellerin für ein liebenswerter Schatten, Laurel Award 1968, Auszeichnung als beste Nachwuchsdarstellerin und zwei, Platz als beste Schauspielerin in einem Drama für Rosemarys Baby, Goldene Himbeeren 1983, Nominierungen als schlechteste Schauspielerin für eine Sommernacht-Sex-Komödie, National Board of Review Award 1990, Auszeichnung als beste Hauptdarstellerin für Alice, Satellite Award 1999, Nominierungen als beste Hauptdarstellerin in einem Fernsehfilm für stille Helden, Trivia, Kurz nach ihrer Scheidung von Sinatra reiste Pharoah 1968 mit ihrer Schwester Prudence in ein Ashram im indischen Rishikesh, um an einem mehrwöchigen Meditationskurs teilzunehmen. Zur gleichen Zeit lebten auch die Beatles in dem Ashram und John Lennon schrieb für Mias Schwester den Song Dear Prudence, der 1968 auf dem Album The Beatles veröffentlicht wurde. Von Mia selbst handelt das Lied Beware of Young Girls der US-amerikanischen Sängerin, Songschreiberin und Dichtern Dori Previn, die den Song nach ihrer Scheidung von Andrea Previn im Jahr 1970 über dessen neue Ehefrau schrieb. Im August 2010 sagte Mia Farrow vor dem Sondergerichtshof für Sierra Leone in den Haag gegen den ehemaligen liberianischen Präsidenten und mutmaßlichen Kriegsverbrecher Charles Taylor aus.